Jetzt holen wir wieder deinen Geistführer an deiner Seite und du wirst ihn diesmal besser wahrnehmen können. Okay, eins, zwei, drei. Kannst du seine Gestalt erkennen, beschreib ihn mal bitte. Ein älterer Mann. Kannst du sonst noch irgendwas wahrnehmen? Bart. Besser ruhig, hibbelig, beschreib ihn mal so, wie er sich freundlich lächelt. Okay. Du kannst ihn ja auch mal fragen, wie er heißt. Kommt da eine Antwort? Die haben manchmal ganz komische Namen. Ha, alles gut. Ich schreibe es mit hin. Alles ist richtig. Okay, der begleitet dich nämlich jeden Tag. Eigentlich könntest du den mal danken, oder? Also wenn du das möchtest. Dann bedank dich mal, dass der dich jeden Tag deines Lebens mit begleitet. Und was sagt er da? Gibt es da eine Reaktion? Ich schreibe es jetzt nicht mehr. Ach, nee. Okay. Ja, dann rufen wir einfach jetzt mal, es soll derjenige kommen, der dir jetzt was mitteilen möchte. Und da warten wir jetzt mal ab, wer da kommt. Spürst du schon jemanden? Manchmal kommt immer zuerst das Gefühl. Und wenn man das Gefühl zulässt, kann man dann die Gestalt auch besser wahrnehmen. Also ich merke die Wärme schon bis hier hin. Woher du kommst denn die Wärme? Merkst du dir? Spürst du die? Denkst du, schau mal in die Richtung, mach mal dein Herz auf und spüre mal in die Wärme, die da kommt. Und lass einfach mal ganz locker. Sei ganz offen. Und spüre mal rein. Die Wärme ist immer noch da, merkst du das? Dann öffne mal deine Augen, öffne dein Herz und öffne deine Augen. Dir kann gar nichts passieren. Das ist immer noch da, merkst du, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung. Das ist immer noch da, merkst du, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung, schau mal in die Richtung. Ich sehe nämlich eine kleine Hand, das heißt eine kleine Hand, eine ältere Hand, die will zu dir an deine Hand. Und das macht die Hand ganz, ganz vorsichtig und kommt ganz langsam an dich ran. So, dass du nicht erschreckst. Du musst es nur zulassen. Du weißt ganz genau, wer das ist, stimmt's? Du darfst auch anfassen und drücken und herzen und dein Herz ganz weit aufmachen. Der Moment ist nämlich nur für dich. Du weißt ganz genau, wer das ist. Tut's gut. Und du weißt ganz genau, wer das ist. Und du weißt ganz genau, wer das ist. fragen, das kannst du ohne mir das mitzuteilen, mit ihr Zwiegesprache halten und du gibst mir ein Zeichen, wenn du fertig bist, okay, ich will dich nicht stören, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.